KI ist in aller Munde. Texte schreiben mit Chat-GPT und Bilder generieren per Textangabe kennen die meisten. Aber wie sieht es aus mit Musik von der künstlichen Intelligenz? In diesem Video möchte ich dir zeigen, welche Tools es gibt, mit denen du die Musik für deinen nächsten Imagefilm erstellen kannst und wie sie im Vergleich zu Stockmusik abschneiden. Also wenn du dich für AI-Musik im Film interessierst, bleib auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen bei MindNerd im Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander. Ich bin Gründer der Videoagentur MindNerd. Wir sind spezialisiert darauf, Filme und Livestreams für Unternehmen zu produzieren. Hintergrundmusik wird meistens nicht bewusst wahrgenommen, sie spielt aber eine wichtige Rolle in der Welt der Unternehmensfilme und Marketingvideos. Denn sie fügt eine zusätzliche emotionale Ebene hinzu und verstärkt so die visuelle Erfahrung. Die richtige musikalische Untermalung kann die Botschaft des Films unterstreichen und dein Publikum auf einer zusätzlichen Ebene ansprechen. Bei der Auswahl von Musik ist es wichtig, die Identität und den Charakter eines Unternehmens, Produkts oder Ereignisses zu berücksichtigen. Während ein Unternehmen im Technologiebereich eher elektronische Musik verwendet, um ein Produkt vorzustellen, passt Musik mit rockigen Elementen besonders gut zu motivierenden Videos, wie zum Beispiel Recruitingfilmen oder bei Eventvideos. Wenn man an KI-Tools denkt, wie sie zum Beispiel bei der Erstellung von Bildern oder Texten verwendet werden, denkt man als erstes an ein Textfeld, in dem man unterschiedliche Prompts eingibt und so ein Ergebnis erhält. Bei Musik sieht es aber ein bisschen anders aus. Es gibt aktuell noch keine einfachen Tools, bei denen man einfach Schlagwörter eingeben kann, aus denen dann ein Song erstellt wird. Bei unseren Recherchen haben wir drei Tools mit verschiedenen Arten der Generierung getestet. Und bemerkenswerterweise unterscheiden sich die Methoden, wie sie genutzt werden, relativ stark. SoundRaw.io verfügt über eine Bibliothek aus Samples, also von Menschen gemachte Motive oder Sounds, aus denen Songs zusammengestellt werden, die du frei auf den emotionalen Verlauf deines Films anpassen kannst. Die KI unterstützt dich in erster Linie dabei, den richtigen Grundsong zu finden. Dafür kannst du verschiedene Parameter angeben, wie zum Beispiel Genre, Stimmung, Instrumente oder Tempo und bekommst den passenden Song vorgeschlagen. Im nächsten Schritt lassen sich einzelne Abschnitte anpassen, um das Energielevel des Songs auf die gezeigten Bilder im Video abzustimmen und du kannst auswählen, welche Instrumentengruppen jeweils zu hören sein sollen. Der Vorteil besteht hier darin, dass durch ein einfaches User Interface auch Nutzer, die keine Erfahrung im Sounddesign haben, sich gut zurechtfinden und die Lieder auf ihre Bedürfnisse und ihre Filme anpassen können. Das zweite KI-Tool, über das ich reden möchte, heißt IVA. IVA steht für Artificial Intelligence Virtual Artist und ist die erste KI, die von der französischen Künstlergesellschaft Sakem als virtueller Komponist anerkannt wird. IVA komponiert nach Auswahl des Genres einen Song mit verschiedenen Ebenen, zum Beispiel Melodie, Backing, Bass und Schlagzeug, und hat dann verschiedene bereits vorhandene Instrumentensounds zur Verfügung, um diese auf der Melodie spielen zu lassen. Durch diesen Ansatz kann der Song später weiter bearbeitet werden. Du kannst zum Beispiel Musikinstrumente austauschen oder die Melodie verändern. Auch die Tonart kann festgelegt werden und du kannst Songs hochladen, an denen sich die KI orientieren soll. IVA bietet sehr viele Möglichkeiten zur Bearbeitung der Lieder. Wenn du die Features aber voll ausnutzen willst, solltest du schon fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit Musik-Tools und in Musik selber haben. Was besonders für Musiker interessant ist, du kannst die Komposition runterladen und in einer anderen Kompositionssoftware weiter bearbeiten. Bei dem dritten Tool handelt es sich um die Open-Source-KI Audiocraft. Diese wird von Facebook entwickelt und bietet die Möglichkeit, von Grund auf Musik und auch Soundeffekte generieren zu lassen. Das beinhaltet die Komposition der Melodie sowie die eigene Erstellung der Instrumentensounds. Das Ganze passiert hier über den klassischen Textprompt, wie man ihn von anderen generativen KIs kennt. Da es sich bei Audiocraft um ein Open-Source-Projekt handelt, muss man auf die grafische Oberfläche von externen Anbietern zurückgreifen, die praktisch eine Verbindung zu der eigentlichen Rechenleistung herstellen. Zum Ausprobieren haben wir eine Demo in der Beschreibung verlinkt. Alternativ kann man die KI auch auf seinem eigenen Rechner installieren. Spaß daran dürften aber nur User mit fortgeschrittenen Programmierkenntnissen haben, die außerdem über einen sehr leistungsstarken Rechner verfügen. Während es sehr interessant ist, mit Audiocraft verschiedene Dinge auszuprobieren, hat es den großen Nachteil, dass das Tool keine individuellen Audiospuren der Instrumente liefert. Also im Nachhinein lassen sich diese Songs nicht mehr verändern. Du kannst auch keine einzelnen Teile austauschen. Kommen wir zum Rechtlichen und der Frage, was du mit den generierten Songs eigentlich machen darfst. Das Copyright an den generierten Songs liegt grundsätzlich bei der Firma, die die Software bereitstellt. Ähnlich wie bei Stockmusik ist die Nutzung und Lizenzierung der Songs in der Regel durch die Vertragsbedingungen des jeweiligen Abonnements geregelt. Es kann zum Beispiel sein, dass du in dem kleinsten Paket, das du buchen kannst, nur die Verwendung bei Social Media oder für bestimmte Videoformate enthalten hast und dass du dann für ein größeres Paket, in dem du auch andere Plattformen und kommerzielle Nutzungen enthalten hast, deutlich mehr zahlen musst. Der Weiterverkauf bzw. die unveränderte Verteilung der Songs auf zum Beispiel Spotify ist jedoch bei allen Plattformen, die wir uns angeschaut haben, verboten. Da jede Plattform ihre Nutzung ein bisschen anders regelt, solltest du dir unbedingt vor Verwendung der Software anschauen, welches Verwendungsrecht du mit deinem spezifischen Abo erwirbst und welches du aber auch brauchst. Wenn du Open-Source-KIs benutzen möchtest, gibt es zwar keine Abos, aber auch dort legen die Entwickler gewisse Verwendungszwecke und Lizenzen fest, die du auf jeden Fall vorher anschauen solltest. Beim vorhin gezeigten Audio-Craft von Facebook ist zum Beispiel aktuell keine kommerzielle Nutzung erlaubt. Während die Nutzung von KI-generierter Musik den großen Vorteil der Anpassung auf deine ganz individuellen Bedürfnisse hat und oft schnell generiert werden kann, gibt es immer noch einige Nachteile gegenüber klassischer von Menschen komponierter Stockmusik. Vereinfacht gesagt ist KI immer noch ein Algorithmus zum Erkennen von Mustern. Sie kann zwar Musiktheorie verstehen und existierende Werke nachahmen, allerdings fehlt die menschliche Kreativität, die Musik oft ausmacht. Und auch beim Verwenden von Samples bleibt dem Algorithmus nicht allzu viel kreative Freiheit. Ein anderer nicht zu unterschätzender Punkt ist der Preis. Längst nicht alle Online-KI-Tools für Musik bieten Gratis-Versionen an und wenn, dann brauchst du für die kommerzielle Nutzung oder die Nutzung in Social-Media-Videos in der Regel eine Lizenz und für die musst du praktisch immer bezahlen. Zumindest auf den vorgestellten Plattformen ist das so. Die Kosten sind absolut vergleichbar mit denen von Stockmusikbörsen. Und irgendwie ist es auch inspirierend, auf einer entsprechenden Börse in kurzer Zeit viele ganz unterschiedliche Songs zu vergleichen und sich den auszusuchen, den man am besten findet. Mein Eindruck ist, dass KI-Musik die klassische Stockmusik als Hintergrundmusik für Videos noch nicht ersetzen kann und erst recht keinen Komponisten. Klassische Stockportale, bei denen man sich verschiedenste Stockmusik raussuchen kann, sind nach unserem Eindruck zuverlässiger und günstiger. Und wenn es dir um eine professionelle Empfehlung und echten kreativen Input geht, ist dein Mensch die weitaus bessere Wahl. Spaß macht es aber schon, die Tools auszuprobieren. Viele Plattformen bieten die Möglichkeit, gratis Songs zu generieren und anzuhören, nur runterladen und kommerziell verwenden dürft ihr diese dann nicht. In der Videobeschreibung habe ich dir die Plattformen verlinkt, die wir getestet haben. Wenn du schon selber Erfahrungen mit ähnlichen Tools gemacht hast, würde ich mich über einen Kommentar von dir freuen. Und wenn du Fragen hast, natürlich auch. Wenn du jetzt gerade auf der Suche nach Musik für eins deiner Videos bist und dich dafür interessierst, welche kostenlosen Quellen du legal für deine Videos nutzen kannst, solltest du dir unser nächstes Video anschauen. Darin stelle ich dir die sieben besten Quellen für GEMA-freie Musik vor. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Mindnapt. Mit Videos mehr erreichen.